Ja? Ja. Geht's definitiv? Ja. Ja. So. Heißt das nicht mehr hier genug? Das ist kein Stein halt. Ach so, briechst du sie ab? Das kriegt dann mehr. Aber jetzt brieft es jetzt niemand mehr ab. Jetzt orientiert sie sich nach der Bodenkamera. Also, jetzt ist sie mit Ultraschall, die Höhe, ist mit Ultraschall. Und der Ultraschall hat verschiedene Flächen unten und deswegen steigt sie, weil es uneben ist. Und wenn man noch höher rauf geht, dann ist da Höhenmesser zu stehen. Also nicht Höhenmesser, Barometer. Was ist los? Nix. Komisch. Nein, mit einem Helikopter kann man nicht einfach so rauf fliegen und so was. Man muss die ganze Zeit aufpassen. Ja, ja, kann man. Das ist idiotensicher. Genau. Und jetzt kann man filmen. Das ist das Bild, was ich hier habe. Ja. Ich habe dieses Bild. Das nennt man First Person View. Ja. Oh. Weg ist er. Auf bin ich jetzt. So, jetzt machen wir uns einen richtig schönen. Halt, jetzt fahren wir wieder zurück. Oh. So, let's go. 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 Let's go. Let's go.